Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch die günstige Alternative zur Milchschnitte. Let's go! Also wir alle kennen ja die berühmten Milchschnitte. Die kostet derzeit 2,95 Euro. Und jetzt zeige ich euch die günstige Alternative zur Milchschnitte. Und gleich nebenan im Aldi ist die günstige Alternative. Die kostet nur 1,35 Euro. Es gibt sogar in 2 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also einmal in Honig und einmal in Milchschoko. Total cool! Ich hoffe euch gefällt das Video und Ciao!